Willkommen zurück bei Dayscan. Wir sind jetzt hier auf dem Weg zum Funktum am Applegate Peak. Ich bin schon mal so ein bisschen vorgefahren seit unserer letzten Position. Ist nicht viel passiert. Ich bin noch ein bisschen rumgeguckt. Naja, tanken muss ich gleich manovieren. Irgendjemand vergnügt sich im Hintergrund. Mal so ein Sommer machen. Das ist nicht unser Weg. So ein Funktum hier hoch. Da hinser. Dann waren wir ja schon mal. Mal gucken. Ich glaube, hier war irgendwo auch ein Benzinkanister. Da. Glaube. Klappe. Gehen wir mal hoch. Jo. Da ist ein Benzinkanister. Die Baum leeren immer auch lustig rum. Weiter, weiter, weiter. 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 Wie schön von dir zu hören, Bruder. Wie läuft's? Äh. Ja. Es ist alles bestens, Bushman. Es ist alles gut. Ach ja? Blödsinn. Wie lange kennen wir uns? Komm, was ist da los, Bruder? Ah, ich, äh, dazu, ich, äh, Sarah, also, das ist eine lange Geschichte. Sie ist Teil der Miliz da unten und sie will mit mir herkommen, aber, aber jetzt zwingen sie, sie da zu bleiben. Sie wollen uns nicht gehen lassen. Was zum Teufel? Ihr kommt doch nicht weg. Scheiße, Deke. Okay, ich, ich schnapp mir Iron Mike und, äh, Ricky und so, wir finden einen Weg zu euch, wir... Boozer, nein, nein, du verstehst das nicht. Hier sind hunderte, hier sind hunderte Bewaffnete, die haben Waffen von der Nationalgarde, vom Militär. Das ist mir total scheißegal, wir werden... Verdammt, jetzt hör mir zu, du, wir, ihr Anführer, der Colonel, der darf nichts von Lost Lake wissen, okay? Er, er ist verrückt, Boozer, absolut durchgeknallt, die Miliz greift jedes Camp hier an, das sie findet. Drifter, Herumtreiber, Camper, das ist denen scheißegal. Verdammt, Deke. Ich komme schon klar, okay? Ich hab da so ne Idee. Aber, wenn mir was zustoßen sollte und wenn du nichts mehr von mir hörst... Deke, ich... du wirst das ganz sicher schaffen, wie gesagt, okay? Du schnappst dir Sarah und bringst sie so schnell wie möglich her, klar? Ja, Bruce, man, alles klar. Okay, das ist schon besser. Ähm, ich hör dich nicht mehr. Ich kann... Deke? Deke? Alles klar, Bruder. Alles klar, Deke? Okay. Schön, schön. Ja, das heißt, wir sollen wirklich wieder zurück in unser Camp. Gucken wir mal kurz, was uns hier noch in der Nähe zu erledigen ist. Und Nangakum. Endlich. So. Den Benzinkanister können wir brauchen. Ja. Nicht auch so beilaufen, ja, ne? Na. Du sollst tanken. Oh, dann mal los. Fertig. Na, jetzt gucken wir mal. Ah, ich denke, wir können auf den Weg zurück. Können wir mal irgendwie nassig mitnehmen. Schadet sicherlich nicht. So, wir brauchen die Räder, die kriegen wir hin. Schön durch diese Tunnel. Weiter. Na ja, fast eine Abkürzung. Schon rollen lassen. Okay. Und dann. Wir brauchen die Räder. Ja. Ey. Ja. 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 Das war ja. 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 Ich muss hier die Benzinspannte fahren, so weit habe ich es gar nicht. So, bevor ich loslege, ich habe da gerade einen Benzinkanister gesehen. Den nutzen wir doch auch mal. So, gucken wir uns mal das Ganze von oben an. Da, die Hauptmarkierung. Was haben wir denn hier so? Könnte jetzt also hier tatsächlich in dem Geburtstag was sein? Guck mal. Ja. Na gut, das sind wir wohl eher weniger. Ach, komm her. Da ist das erste Nest. Ich will ein Nest. Ich muss ganz in der Nähe sein. Ich will ein bisschen Bestand, damit er sich entzernt. So. Oh. Mein. Was geht denn hier ab? Was geht denn hier ab? Er sagt. reicht es denn hier ok nest 1 recht großflächig das gebiet hier hier Da muss irgendwo ein Nest in der Nähe sein. Ich kann's riechen. Da ist noch ein Nest. Zünden wir es an. Naja. Zwei. Gucken wir mal rein, ob hier irgendwas Interessantes in dem Gebäude ist. Wahrscheinlich nicht. Hier ist Drückstände. Genau. Ich weiß gar nicht mal, wofür die waren. Aber wie nehmen sie mit? Mal zurück zu dem anderen Nest. Oh, hier sind hier ein Nest-Druckstände. So, 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 so. Mal eine Karte studieren. Mal zu sagen. 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 Okay. Geh mir auch ein Nest. Ja, vielleicht. Nö, da nicht. Und da komme ich ja her. Ja, vielleicht. Ja, vielleicht. Ja. Wo sind denn hier noch Gebäude? Ach, das soll es doch nicht machen. Nimm den Scheiß auf. Ja. 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 Mal gucken, ob ich aus dem Bereich rauslaufe. Ja. Ich komme später zurück und beende meine Arbeit hier. Genau. So, wir sehen hier irgendwo ein Gebäude oder eine Höhle. Ja. 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 Ich gehe mal zurück. Ich gehe mal zurück. Ich gehe mal zurück. Ach, da ist es. Ich gehe mal zurück. Ja, da sind Brecher unterwegs. Mit dem muss ich jetzt nicht kuscheln. Was haben wir noch hier? Ich gehe auch noch mitnehmen. Tumblebug River. Dann gucken wir mal, wie wir da hinkommen. Aber wenn wir schon einmal hier unterwegs sind... Wie viel Spielzeug haben wir denn? Ja, das können wir noch mitnehmen. Hier ist ja nun wirklich Omega. Hier hat das Video eine vernünftige Länge wieder. Wir haben einiges geleistet. Und nicht nur dieses... Einfach ein bisschen am Anfang hier. Ich muss doch weiter weg, als ich dachte. Da dachte ich mir, da ist nichts. Aber sofort... Karte näher aus. Wow. Moment mal. Das hier habe ich anscheinend noch nicht beseitigt. Nö. Deswegen sind wir hier. Wir kommen, ob wir da bisschen was studieren können. Da ist ja schon eins. Nicht nur in der Nähe. Direkt vor der Nase. Wir kommen auch mal mehr, aber jetzt hier. Hey. Alter. Alter. so eigentlich recht um jetzt warum zu ballern erledigt das ist ein super slow motion war habe ich den erledigt aber ganz offensichtlich nicht so denke mal hier wird irgendwo eins sein und da das ist eine übersprung das ist ein blödartiges ding oder was soll man hier in der richtigen richtung nicht gleich um die ecke sondern direkt vor der nase so diese seite zu viel. 안.. 사업.. ab ganz viel zapp 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 man muss ja noch anzahlen habe ich gesagt irgendwo da ist so leicht links von mir ja das ist ein nest ganz in der näher sein Hä? Oh, Ernest, dann mal los. Oh, oh, oh. Mann. Ja, wo konnte ich jetzt gebrauchen? Ich drück zum Motorrad und da ist es hier schon. Die Gegend ist hier sicher, ne? Da ist jetzt noch das Camp. Können wir uns dann auch nochmal drüben. Und Versuch wer hat. Gut, gut. Egal. Wir haben zwei Nester geschafft. Das ist ein guter Fortschritt. Und wir machen jetzt hier auch an der Stelle eine Pause. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao. Ciao. �